Sky, du siehst wieder fantastisch aus. Wie viel Geld willst du? Ich hab Tickets in die Karibik gebucht. Die müssen dann auch bezahlt werden. Maschine geht morgen früh. Geht nicht. Wir haben morgen eine lebenswichtige Untersuchung. Also mir fehlt nichts. Ich könnte Bäume ausreißen. Oder doch besser Kokospalm. Vertrau deinem Bauch. Hab ich dich jemals auf den Arm genommen? Hören Sie nicht auf Ihren Bauch. Gehen Sie zur Darmkrebsvorsorge. Ich kenn da übrigens eine Praxis direkt am Strand. Gehen Sie auf Ihren Bauch.